Nein, 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 oh Gott, jetzt weiß ich, es geht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. In der letzten Folge haben wir hier den Kondensator gefunden, mitgenommen. Oh, das ist auch eine Münze, die haben wir übersehen. Eine Münze mehr. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in den Hochsicherheitstrakt. Beziehungsweise gucken wir mal, zu erspeichern. Gucken wir mal, wie wir da hingelangen könnten. Das ist wieder Doppelwache. Ich schreibe ja fast schon wieder entweder nach einem Klon. Oh, dreifach Wache. Da muss ich aber da oben lang. Oben auf dem Kanister. So, lass mal gucken. Hier machen wir... Haben wir zu wenig, oder was? Na, das wäre nicht... Das hier. Die Leiche machen wir mal weg, ausnahmsweise. Ja, war doch leicht. Das arme Schwein, was da unten an der Kette gehangen hat. Möchte ich nicht abtauschen. Aha. Aha. Ist auch ein Geheimgang, oder? Nicht? Ist das nicht irgendwie eine Markierung? Mann, Leute. Das bringt mir ja so gar nichts. Ach, schade. Dann gehen wir halt wieder raus. Ja, ist zum Schreien, hast recht. 16 Meter noch. Alter, der Arme. Ja. Ja. Hier ist der Spaß zu Hause. Mhm. Gut. Aha. Was bringt mir das, wenn ich da rübergehe? Alter, schrei nicht so. Das Geräusch, das verhindert mich, von zu denken. Da ist etwas da drin. Ich muss hinter den Typen da. So, vielleicht? Sieht gut aus. Was? Oh, ich muss. Oh, ich muss. Oh, ich muss. Oh, ich muss. so lange ich nicht sein, ist das Essen. Alter, die scheiß Käfer. Vielleicht kann der die eliminieren für mich. Kann man den irgendwie freilassen? Würde ich schon gerne. Da unten schläft einer. Ein Orki. Ja, komm. Der Besen, ne? Der Besen des Todes. Alter! Was? Was? Guck mal immer nicht hin. Wie kommt man an dem Ork vorbei? Okay. Wie kommt man an dem Ork vorbei? Nein, 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 oh Gott, jetzt weiß ich, es geht. Einfach vorbeilaufen. Easy. Komm' sûr, Rackhash. Find Cell 5 für mich. And be quick about it Cell 5 Let's see Must be right at the other end of the prison some kind of dungeon or torture chamber Aha Ja, kommt doch mal schnell speichern ich weiß nämlich nicht weiter geht's Gefangene ist nicht mehr weit weg nur noch 120 meter dann erfahren wir wer es ist Jetzt reicht es mir aber langsam Oh I wonder if it isn't some kind of L trick yeah anyway the first thing I come across the shining a bit too yellow I'll get it right between the eyes Aha Gut Oh Da kommt was Dann bist du der nächste jetzt Wie er da steht Aha Nice So In die Kiste mit dir Sand ist voll okay Lass die Käfer frei Lass die Käfer frei Lass mich beichern Der finns nicht wochen Da schläft die dann auch No Das ist jetzt sitzt du denn auch No Okay Ich höre schon wieder ein Ohrkecheln. Da oben steht ein Stuhl in der Luft. Immer schön, diese Belüftungsschächte. Da komme ich doch gar nicht rüber, oder? Nochmal speichern. Sicher ist sicher. Oh Gott, ging, ging. Das ging gut, super. Hey, wir sind richtig nah dran. Ich kann es nicht mehr nehmen. Nicht eine einzige Frau für Monate. Wie haben die anderen das? Oh, mein liebter Bertha. Wenn ich nur in meinem Arm behalten kann. Ich habe meine nächste Schöpfung in einem schönes, kaltes Körner. Aha. Die Bertha. Jo, jetzt sind wir schon richtig nah dran. Da unten schläft wieder sein Orki. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Was ist das? Ich kann die zwei vergiften, aber nur wenn sie da weggehen. Ich kann die Wer geht da? Ich weiß, dass ich da weggehebt habe. Ich weiß, dass ich da weggehebt habe. die guckt genau hier rein der auch die sehen wir beide nicht was soll das ja die kreatur ist tot seit stolz auf euch ihr ritter jetzt geht weg da ja 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 Und noch mehr Spassion. So, jetzt trinkt das. Wird der jetzt gleich sterben? Das benutzt sich dann was. Keiner. Vielleicht trinkst du es auch noch. Hier reinguckt. Witzig wäre, wenn der jetzt auch kämpft. Warum bin ich so leise? Ich kann auch weiterreden. Witzig wäre, wenn der jetzt auch trinken würde. Und dann nachher... Ich sehe leider nicht, wo er gerade ist. Bleibt der da jetzt stehen, oder was? Ne. Gut. Gut, gut, gut. Ja, ich glaube, hier geht es weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich speichere mal. Geh weg. Hässliches Ding. Schleiche ich doch eh schon extra. Ich führe schon wieder so ein Ork schnarchen. Soll ich da hoch, oder was? Ja, ja, klar wollen die das von mir. Was? Gleich nochmal. Ja, toll. Ich bin mir doch nie rüber, oder? Doch. Speichern. Ja. 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 Garten. 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 18, 14, 16, 19, 25, 16, 15, Mehrz. Ich muss da in einem Zug durch. So Leute, ich habe das jetzt viermal gespielt oder so, die Stelle. Ich habe gemerkt, man muss da in einem Zug einfach durchlaufen. Das ist richtig hart. Man könnte vielleicht auch hier hochklippen, das habe ich gar nicht gesehen. Ich will jetzt gar nicht speichern. Ich will nicht nach jedem Schritt speichern müssen. Hier lang? Nee, nee, da ist keiner. Speichern! Irgendwie kommen wir da schon runter. 46 cm noch. Looks like there's something out. Who comes there? Dachte ich mir. Ich glaube, ich spiele das jetzt auch gerade nicht so, wie das Spiel das von mir haben will. Ich glaube, das Spiel wird eher sowas sehen. Was sind das für Schalter da? An der Wand? Nichts. Okay. So, hier. Hier so, da so. Läuft wieder so ein Rüsselkäfer rum. Ein Rüstungskäfer. Lief herum. Das ist halt immer noch der... Der Große. Wer ist denn die? Der Ork. Looks like there's something out there. Komm rein und isst ein Apfel. Die Chine muss weggegeben werden. Be sure to check the operators here. Ja. Jetzt isst ein Apfel. Isst. Isst jetzt. Er isst nicht. Warum isst du denn nicht, Kind? Naja. Egal. Der ist nicht mehr im Weg. Aber die zwei sind es. Die zwei sind nur auf jeden Fall im Weg. Aber guck mal da über den. Der hängt so Kisten. Also entweder laufe ich in der Mitte durch. Ich weich ja mal nochmal. Wir probieren jetzt alle Möglichkeiten aus. Ich habe die Schnauze voll von dem Heimlichtuerei hier. Das sind ja nur 38 Meter. Ja, fuck. Ja, genau. also wie gesagt die zwei kisten da oben aber ich weiß ich glaube nicht dass man die runter lassen kann auf die orcs die orc brothers habe ich noch ein messer oder so lebenstrank hätte ich ja komm her, komm her komm her nämlich am bus teil endlich ja leute wir nähern uns jetzt bestimmt was versteckt nichts versteckt echt nicht kein easter egg kein hasen ist total platt guck mal gemalt und spannung steigt zelle nummer fünf wer ist darin du musst dank mir torturer no one will speak inside your head ever again what's going on here right on time rack who are you damn it why who were you expecting you thought you were gonna free somebody better-looking my plan I wanted my plan I wanted you simply carried out my orders you don't even know you were supposed to free right a friend huh you never had all the details you you're I still can't stand seeing your idiotic mug vaguely resembling mine so I was looking at my reflection in a pool while I was pissing well that's impossible no no fucking way yeah I'm sticks the real one and you're nothing but a bad copy thanks for opening the door you've been manipulating me from the start jerking me around like a meat puppet damn but that's over now fuck you and your bullshit now it's time to die yeah sure go on screen make me a nice little diversion and now I have to catch up with aaron if he destroyed the bridge has to be another way to reach the heart the tree yeah krass als hätten wir es nicht geahnt aber ich würde sagen mit dieser erkenntnis schicke ich euch in die nächste folge wenn es euch gefallen hat lasst like da schreibt kommentar oder abonniert meinen kanal wenn das noch nicht gemacht habt ich wünsche euch noch einen schönen tag und ich bin raus heute